Du. And I will always have you. Nein, nicht von der. Beim Spiel Trouble in Terrorist Town werden die Spieler in zwei unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Den Innocents und den Traitern. Die Traitor müssen versuchen, die Innocents so unauffällig wie möglich zu töten. Die Innocents wiederum müssen herausfinden, wer die Traitor in der Gruppe sind und diese so schnell wie möglich beseitigen. Alle Mitspieler findet ihr unten in der Videobeschreibung und nun viel Spaß bei Trouble in Terrorist Town. Da bin ich. Ich stehe die Runden weg, in denen der Flo mitspielt. Okay, die erste Runde ist los. Die erste Runde, ohne weiter noch games. Was? Was? Krass, Alter. Was ist los da? Richtig dreist. Richtig heftiger Shit. Wer bist du? Hm. Hä? Gut, es gibt zwei Traitor und eine Detective. Oh! Das schreckt mich nicht so. Schrei doch nicht so einfach. Wo die man erschossen wird. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Okay, ich lasse es laufen. Keiner wurde erschossen, oder? Poppy ist... Poppy ist Detective. Also zwei Traitor übrig. Das ist ja... Blocki schießt auf mich. Blocki schießt auf mich. Blocki schießt auf mich. Nö. Ich habe überhaupt nicht geschossen. Du hast geschossen. Kannst du mich machen. Also ich habe nicht gesehen, dass Blocki geschossen hätte. Siehst du? Wir sind beide Traitor und es lebt keiner mehr außer mir. Woher willst du das wissen? Vielleicht bist du ja auch der Traitor. Ich denke, der mich auch. Echt? Ja. Müsst du mich ja umbringen. Ja. Finde ich ganz doof. Du Sackgesicht. Wusste, dass ich... Nein, der gar nicht ist im Bett. Ist er da oben, oder was? Ja, er ist hier oben, er ist hier oben. Hab ihn. Nice. Nice. Und Dreck. Die Einträter ist... Ich hatte Probleme, Waffen aufzunehmen. Gedreckt. Du musst drüberlaufen mit Coe, wenn du einen da schon hast. Ja, du warst Detective, ne, Poppy? Ja, der hat alles gehabt, aber nur nicht die Waffe, die ich wollte. Weil da war eigentlich nur eine Waffe. Ich bin Detective, wie der... Flu ist bei mir in Walross-Flu. Walross-Flu? Walross-Flu. Walross-Flu. Wow. Ich wollte keinen töten, kein Bar. Ich wollte das nur entfernen. Ich wusste, dass das kein Ende ist. Wie kann man die Fässer in die Luft jagen? Draufschießen. Oder oft draufschießen? Also wie oft? Draufschießen. Bis es explodiert. Aber wer schießt, wer schießt? Ich glaube, das kann ich explodieren. Nur die roten Hütterseid können explodieren. Ich dachte, du schießt den da oben ein. Huf ist bei mir und... Nein. Ich bin aber Detective, ich bin völlig ungefährlich. Ich glaube, er ist Traitor. Dann erschieß mich doch. Das ist das Psychospiel hier. Er will, dass man ihn erschießt, aber... Man macht es nicht. Los. Erschieß mich. Tu es. Tu es. Hobby ist bei mir. Soll ich es tun? Das will ich sowieso nicht. Selbst wenn ich es wollen würde. Hier gibt es den Pool. Na Blocki, was hast du vor? Wer schießt? Ich schießt. Ich beobachte dich. Du beobachtest mich. Okay. Der Rahmen von Peace Game hat übrigens die Theorie aufgestellt, dass wenn jemand schreit, wer schießt, dann ist er es. Und Flo hat eben geschrien, wer ist es? Wer schießt? Dann musste ich es sein. Du bist du es. Dann schließen mich ab. Warum sind alle so ruhig? Warum nicht? Ich bin einfach nur ruhig, weil ich mich kasselig muss. Ich bin eine Party, Alter. Ich bin eine Gay-Party. Du? Ich bin hinten mit. Er ist bei mir. Wo ist er denn? Ich bin nur hier. Mr. ist bei mir. Und... Das ist der Blocki. Ich. Ich. Okay. Ich glaube Flo ist, ne? Ich bin jetzt voll spannend, sich die Welt hier überhaupt mal anzugucken. Oh, es ist Poppy. Poppy, 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 Poppy. Und Flo auch. Flo schießt auch. Hey, ich schieße aber gar nicht geschossen. Flo hat geschossen. Hey, ich habe mich gar nicht. Ja, doch. Ich habe den Schaden gekriegt, Alter. Au, ich habe nicht geschossen. Du hast geschossen. Okay. Er war Traitor. Okay. Blocki ist schon mal... Von wo? Ich habe nicht aufgepasst. Das war gemein. Können wir das bitte noch mal wiederholen? Ne, geht nicht. Schade. Jetzt weiß ich wenigstens von wo. Wo sind denn die Leichen? So. Autsch. Autsch. Alter, das hört sich ja an wie Silvester. Ohne Witz. Das hört sich ja an wie Silvester. Ich snipe hier mit der Shotgun. Kannst du endlich sterben? Nein. Ich snipe mit der Shotgun. Ich habe mich geschossen. Sorry, ich habe dich nur da stehen sehen und irgendwie in irgendeinem Menü rumeiern sehen. Du hast ja stillgeschossen. Ich habe da noch nachgeladen und getan und gemacht. Ich bin ein... Ach, du hast... Trinkt jemand nicht gestorben. Deswegen habe ich so auf Blau Dunst geschossen. Weil... Flos stand halt genau neben mir, ne? MP5, maybe. Hi, Flos bei mir. Ich bin die Zekte. Ich bin ein Fass. Ein Blocki traue ich ja so grundsätzlich auch nicht, ne? Warum? Du wirst so den Hanken Traitor sein, glaube ich. Ja, na klar, genau. Ich habe einen Traitor-Hack. Trinkt aber... Äh, klingt immer so pedo. Das ist ein Problem. Guck mal nächst du, ich habe dir ein Fass mitgebracht. Es ist gut so, es ist gut so. Netflix belästigt mich mit deinem Fass. Tötet ihn. Nehm, was ich kann. Nehm, was ich kann. Okay, jetzt eine Waffe zurück. Okay. Hey, relativ aggressiv. Hä? Was ist das? Ich sag's wie. Ne, das war nicht ich, das war Flu. Wo hast du mich geschubst? Flu, was hast du mich denn? Wo ist das was denn? Ich glaube, wir sind Blocki und Nightfuck. Ihr könnt jemand mit der... Wenn ihr die Grover habt, könnt ihr mit dem Rechts mit jemandem schubsen. Oh, äh... Weißt du, was? Mit der Grover. Hier, hier, hier. Achso, echt? Krass. Wo hast du hier? Eine Waffe für mich? Ja. Du bist mir ein bisschen zu alt. Du kriegst meine zweite auch noch. Dann bin ich ungewaffnet. Ja, ungefähr. Ja, hinter dir, hinter dir. Ja, hinter dir, hinter dir. Ja, hinter dir, hinter dir. Oh nein. Panik, Panik, Panik. Panik. Okay, also eine Handfeuerwaffe wenigstens brauche ich wenigstens. Das war Screen machen, ey. Das war Screen machen. Oh ja. Screen? Wenn du möchtest, darfst du... Wir sind ja nicht alle. Hallo, 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 hallo. Kein Stress. Kein Stress. Wer ist da tot? Wer ist da tot? Was? Warum? Ich war das nicht. Hilfe! Jemand hat auf mich geschossen. Hilfe! Warum schießt ihr auf mich? Ich hab nichts mehr. Hilfe! Schießt nicht auf mich. Hört auf! Schießt doch, Alter. Ist es denn? Ist es blocky oder was? Nein! Doch. Nein! Schießt doch nicht auf mich. Vielleicht ist es auf Poppy. Es ist Poppy, es ist Poppy. Please, schießt nicht auf mich. Hilfe! Scheiße, Alter. Ich schieße so 20 Millionen Magazine auf Flo, Alter. Waren es Poppy und Blocky oder was? Ich hab eben erst gedacht, der Flo hätte auf mich geschossen. Deswegen hab ich mich nicht gewehrt. Das sah aus. So zwei Löwen mit einem kleinen Häschen dazwischen. Das ist so Flo. Spring hättest du noch müssen. Das ist ja noch cool gekommen. Der bewirft ihn mit Karotten und mehr auch nicht. Weißt du? Ja, hinter dem bin ich. Ich bin hinter dir. Ich sperre dich jetzt hier ein. Hahaha. Oh, ein Nestlo. Ein Spanner. Was hätte denn überhaupt alle? Weißt du? Ich bin wieder im Arsch der Welt gespawnt. Ey, das ist ohne Witz. Das geht gar nicht. Ich glaub, Poppy ist viel zu aggressiv. Bobby ist zu aggressiv. Ich bin nicht aggressiv. Hey, hey, hey. Okay. Komm noch einmal in meine Tonlage. Dann bin ich auch böse. Hahaha. Ja, schieß jetzt Stühle hier schon. Wer da noch? Flo ist es? Okay, Flo. Oh. Äh. Wo seid denn ihr alle? Äh, vor. Wir hatten Tod vorgesteucht. Flo, Flo. Nein, ich werde zum Schneemann. Flo war es. Nein, ich sterbe. Nein, 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 nein. Da, 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 da. Detective, wo bist du? Ich stell hier die Fragen, okay? Ja, ich warte auf die Fragen. Ja, wo bist du? Da. Habt ihr auch immer nichts, Do they know it's Christmas time? Wenn der Schneebar euch trifft? Ja. Äh, gut. Da sollten wir vielleicht den Schneebar nicht benutzen, weil das ja GEMA geschützt ist. Das hab ich, wusste ich nicht, dass das immer kommt dann. Musst du dann eben noch rüberlalala machen. Ich hab den Flo noch mit, mit, mit Melonen abgeschossen. Er hat das nicht gemerkt, dass ich Traitor bin. Also Schneebar nutzen wäre es nicht mehr. Das ist GEMA-Kacke. Es muss��요 natürlich hin chew. Wo sind die Schneebar nicht mehr, was in der Nachwikり? Auf uns plenstŒ. Bis bald jetzt werfen. même bis hin zu dieser GEMA. Bis bald überall in dennyast. Bis bald. Part placed creo und lass. Der walking ra. Süßbäcke. Alles ja. Posher aber bin fast nicht auf deg Boote. Für seine Wohnung. Untertitelung des ZDF, 2020